Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Kassandra und wir befinden uns im zweiten Teil der Seminareinheit zum Thema Lernziele. Das ist Professor Leue. Nachdem er sich mit Anna im ersten Teil unter anderem intensiv darüber unterhalten hat, welche Funktionen Lernziele haben und welche Arten von Lernzielen existieren, widmen sie sich nun der Formulierung von Stunden und Feinzielen und gehen dabei besonders auf Operatoren im Sport ein. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Wie werden denn Feinziele überhaupt formuliert? Naja, Anna, es existiert nicht die eine richtige Methode zur Formulierung von Lernzielen. Weitgehend anerkannt und praktiziert werden die drei Kriterien von MAGA zur Formulierung von Feinzielen. Demnach müssen in einer Lernzielbeschreibung folgende Kriterien erfüllt sein. Als erstes musst du so genau wie möglich das Endverhalten zu einer Unterrichtsaktivität durch einen Operator beschreiben. Es geht um die Frage, was genau sollen die Lernenden ausführen, um nachzuweisen, dass sie das gesetzte Ziel erreicht haben. In diesem Punkt ist implizit auch die Unterrichtsaktivität enthalten, die so konkret wie möglich zusammen mit den Operatoren formuliert werden sollte. Dann musst du berücksichtigen, welche Bedingungen du arrangieren willst, unter denen die Heranwachsenden das angestrebte Endverhalten zeigen können. Also zum Beispiel bestimmte Hilfsmittel oder Zeitangaben. Hier geht es um die Frage, welche Bedingungen sollen vorgegeben werden, unter denen die Schülerinnen und Schüler das angestrebte Endverhalten demonstrieren sollen. Und als letztes musst du einen Beurteilungsmaßstab überlegen, also welche Mindestanforderungen die Lernenden beim Endverhalten erfüllen können. Oder anders gesagt, wie gut sollen die Heranwachsenden das beschriebene Endverhalten ausführen können. Verstehe, aber was genau sind denn Operatoren? Operatoren stellen ein möglichst objektiv beobachtbares und messbares Lernverhalten dar. Sie dienen damit zum einen zur Festlegung von Lehr- und Lernzielen. Zum anderen sind sie notwendig zur eindeutigen Formulierung einer Aufgabenstellung. Dadurch stellen Operatoren konkrete Handlungsaufforderungen für die Lernenden dar. Sie lenken und steuern die Heranwachsenden möglichst eindeutig in eine Richtung. Das Wissen um die genaue Bedeutung von Operatoren ist hilfreich für Lehrende und Lernende. Außerdem schützt es die Lernenden davor, die Aufgabenstellung falsch zu verstehen. Okay, Operatoren sind also Schlüsselwörter für die Lernzielformulierungen von Lehrkräften und gleichzeitig dienen sie als Handlungsauffordernde Verben für die Lernenden im Unterricht. Ja, genau. Herr Leue, können Sie ein Beispiel für ein Feinziel formulieren? Natürlich. Aber vorher ist es wichtig zu wissen, dass es im Rahmenlehrplan verschiedene Kompetenzbereiche gibt und die Operatoren demzufolge auch in jedem Kompetenzbereich unterschiedlich sind. Jeder Kompetenzbereich teilt die Operatoren in Stufen ein. Das bedeutet auch, dass die Anforderungen immer höher und komplexer werden, umso höher die Stufe ist. Nehmen wir mal die Operatoren für den kognitiven Bereich der Sachkompetenz. In Berlin-Brandenburg werden sie unter dem Kompetenzbereich Reflektieren und Urteilen zusammengefasst. Auf Stufe 1 geht es darum, Wissensbestände zu erwerben, die in Stufe 2 vertieft und weiter erarbeitet werden sollen. Auf Stufe 3 soll das Wissen in einen Kontext gebracht werden und Schlussfolgerungen gezogen werden. In Stufe 4 sollen Probleme auf Grundlage des erworbenen Wissens gelöst werden. Auf Stufe 5 und 6 soll das erworbene Wissen transferiert werden. Mit zunehmender Stufe steigt also die Problemlösungskompetenz der Lernenden. Die Operatoren für die jeweiligen Stufen gehen auf Blom zurück und sind weitgehend bekannt. Aber nun zu ihrer Frage zurück und einer Beispielformulierung für den Kompetenzbereich Reflektieren und Urteilen. Sie möchten zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler die 2 gegen 4 Angriffsformationen beim Handball verinnerlichen. Eine mögliche Feinzielformulierung wäre hier, die Schülerinnen und Schüler können an der Magnettafel die 2 gegen 4 Angriffsformationen erklären und die speziellen Aufgaben von mindestens 4 Angriffsspielern nennen. Anna, versuch doch mal zu sagen, was hier die Operatoren sind. Ich würde sagen, das sind Erklären und Nennen, weil die Werben den Schülerinnen und Schülern sagen, was sie genau machen sollen, um zu zeigen, dass sie wissen, was die 2 zu 4 Angriffsformationen ist und welche Aufgaben die Angreiferinnen und Angreifer haben. Super, Anna. Du hast direkt auch schon die 2 gegen 4 Angriffsformationen als Unterrichtsaktivität genannt. Was ist mit der Magnettafel? Welches Kriterium der Feinzielformulierung ist das? Das ist ja leicht. Das ist die Bedingung bzw. das Hilfsmittel, womit die Aufgabe erledigt werden soll. Und ich würde sagen, dass die speziellen Aufgaben von mindestens 4 Angriffsspielerinnen oder Spielern der Beurteilungsmaßstab ist, also die Mindestanforderungen an die Schülerinnen und Schüler. Sehr gut, Anna. Somit haben wir das Beispiel und den Kompetenzbereich Reflektieren und Urteilen besprochen. Nun sollten wir über die für unser Fach spezifische motorische Dimension der Sachkompetenz sprechen. In Berlin-Brandenburg fallen diese unter den Kompetenzbereich Bewegen und Handeln. Auf Stufe 1 sollen die Schülerinnen und Schüler die sportlichen Handlungen beobachten und nachmachen können. In der zweiten Stufe soll die Grobform nach Instruktion ausgeführt werden, welche dann in Stufe 3 präzisiert wird, sodass keine Hilfen mehr nötig sind. In Stufe 4 sollen die Handlungsmuster angepasst werden können, um sportbezogene Probleme zu lösen. Zu guter Letzt sollen Bewegungen und Handlungen in Stufe 5 auf dem höchsten Niveau in ihrer Feinstform zur Verfügung stehen. Sportliche Handlungen sollen auf dieser Stufe kombiniert, flüssig aneinandergereiht und konstant reproduziert werden können. Ich habe Ihnen eine Beispielformulierung mitgebracht. Sie lautet, die Schülerinnen und Schüler können den Handball in unterschiedlichen Tempi fehlerfrei mit links und rechts prellen und mit Körpertäuschungen verbinden. Als kleine Hilfestellung gebe ich Ihnen bereits vor, dass die unterschiedlichen Tempi sowie links und rechts in diesem Beispiel die Bedingungen darstellen. Nun, nennen Sie mir doch bitte die Operatoren und die Unterrichtsaktivität sowie den Beurteilungsmaßstab. Ich würde sagen, dass fehlerfrei als Beurteilungsmaßstab dienen soll. Die Operatoren mit den damit verbundenen Unterrichtsaktivitäten sind Ballprellen und mit Körpertäuschungen verbinden. Sehr schön. Wichtig ist auch zu wissen, dass es Lernziele gibt, bei denen man statt von Operatoren von Tätigkeitsverben spricht. Das ist unter anderem der Fall bei langfristigen fachlichen Lernzielen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Ausdauer, weil sie viel Zeit benötigen und somit kaum innerhalb einer Unterrichtseinheit messbar sind. Dies kann ebenso der Fall sein bei überfachlichen Lernzielen. Bei der Sozialkompetenz bzw. in Berlin-Brandenburg beim Kompetenzbereich Interagieren gibt es Operatoren, wie erproben oder sich identifizieren. Diese Lernziele sind recht subjektiv und dadurch auch kaum messbar bzw. operationalisierbar. Solche Vorgänge sind von außen kaum ersichtlich und daher weder objektiv beobachtbar noch eindeutig messbar. In solchen Fällen sollten Sie auf die Begrifflichkeit Operator verzichten und eher vom Tätigkeitsverb sprechen. Mit diesen können Sie den Lernenden immerhin eine Orientierung geben, was sie tun sollen. Also spricht man immer dann von Tätigkeitsverben, wenn man die Lernziele nicht messen oder möglichst objektiv beobachten kann? Ja, genau. Fangen wir mit einem relativ einfachen Beispiel im Kompetenzbereich Bewegen und Handeln an. Du möchtest bei den Heranwachsenden die Ausdauerfähigkeit fördern. Dann wäre ein mögliches Lernziel, die Schülerinnen und Schüler üben auf einer 400-Meter-Bahn ihre Ausdauerfähigkeit, indem sie innerhalb von 30 Minuten so weit wie möglich laufen. Dann wären die 400-Meter-Bahn und innerhalb von 30 Minuten die Bedingungen und üben nicht der Operator, sondern die Tätigkeitsbeschreibung. Ausdauerfähigkeit ist dann die dazugehörige Unterrichtsaktivität. Der Beurteilungsmaßstab ist in diesem Fall mit so weit wie möglich etwas schwammig formuliert. Ah, okay. Und das Verb können ist nicht mehr in der Formulierung enthalten, weil es keinen Sinn macht, den Könnenstand zur Verbesserung der Ausdauerfähigkeit nach einer einzigen Unterrichtseinheit zu definieren? Mensch, Anna, genau. Ich finde es toll, dass du dir selber Gedanken dazu machst. Prinzipiell wird aufgrund der Kompetenzorientierung stets das Verb können benutzt bei der Formulierung von Feindzielen. Die Lernenden sollen ja am Ende ein Endverhalten können. Es macht aber keinen Sinn, von können zu sprechen, wenn es allgemein nicht objektiv messbar oder beobachtbar ist. Das modale Hilfsverb können wird in solchen Fällen manchmal durch haben ersetzt. In diesem Fall würde es dann folgendermaßen lauten. Die Schülerinnen und Schüler haben auf einer 400-Meter-Bahn ihre Ausdauerfähigkeit geübt. Das ist in meinen Augen aber nicht notwendig. Denn wer übt, der hat geübt. Bisher haben wir zwei Kompetenzbereiche des Sportunterrichts näher unter die Lupe genommen. Befassen wir uns nun mit dem dritten Kompetenzbereich, den Sozialkompetenzen, beziehungsweise in Berlin-Brandenburg, dem Kompetenzbereich Interagieren. Hier werden insbesondere die sozialen Fähigkeiten in den Mittelpunkt gestellt. In einer ersten Stufe sollen die Schülerinnen und Schüler eine Verhaltensweise entdecken und erschließen. Darauf folgt eine zweite Stufe, in der sie das Verhalten verstehen und erfassen sollen, bevor sie in einer dritten Stufe eine Einstellung zu dem gezeigten Verhalten gewinnen. Je nach Einstellung modifizieren und passen sie das Verhalten in einer vierten Stufe an. Erst dann wenden sie dies aktiv an und eignen es sich somit an. Sie erhalten somit einen Zuwachs ihres Verhaltensrepertoires. Dies beschreibt eine fünfte Stufe. In der sechsten und somit letzten Stufe soll dieses modifizierte Verhalten in einer aktiven Interaktion abgerufen und automatisiert werden, damit es sich im Habitus festigt. Ich sehe in ihrer Tabelle zum Kompetenzbereich Interagieren die Verben zeigen und demonstrieren in der vierten Stufe. Im Kompetenzbereich Bewegen und Handeln waren sie jedoch in der zweiten Stufe. Anna, das ist sehr aufmerksam von dir. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Operatoren oder Tätigkeitsverben in zwei verschiedenen Kompetenzbereichen wiederfinden und dabei in unterschiedlichen Niveaustufen eingeordnet sind. Nehmen wir als Beispiel Präsentieren. Im Kompetenzbereich Bewegen und Handeln in der zweiten Stufe geht es um das Präsentieren einer sportlichen Handlung nach einer Demonstration und Anweisung. Im Kompetenzbereich Interagieren soll dagegen eine selbstmodifizierte Verhaltensweise präsentiert werden. Hier ist ein selbstständiger Denkprozess im Vorfeld nötig, was einer höheren Stufe entspricht. Lassen Sie uns auch zum Kompetenzbereich Interagieren eine Lernzielformulierung betrachten. Dabei ist die Grundsituation, dass die Lernenden Alltagsmaterialien zur Verfügung haben und damit die Regeln für Spiele erproben und bei Bedarf verändern sollen. Wie könnte dazu ein Lernziel lauten? Ich denke, es könnte so lauten. Die Schülerinnen und Schüler erproben mit Alltagsmaterialien die Regeln für Spiele und verändern diese bei Bedarf. Sehr gut. Du hast die Tätigkeitswerben erproben und verändern mit der dazugehörigen Unterrichtsaktivität Regeln für Spiele drin. Alltagsmaterialien stellen die Bedingungen dar und als Beurteilungsmaßstab können wir implizit als Mindestanforderung das Zustande bekommen von Spielregeln mit Alltagsmaterialien sowie die Veränderung dieser bei Bedarf betrachten. Und was ist mit dem Kompetenzbereich Methoden anwenden? Das ist eine gute Frage, liebe Anna. Dies beschreibt in Berlin-Brandenburg die Methodenkompetenzen. Hierzu werden keine differenzierten Vorschläge für Operatoren oder Tätigkeitswerben geliefert, da der Rahmenlehrplan in Berlin-Brandenburg Folgendes besagt. Der Kompetenzbereich Methoden anwenden beinhaltet sowohl fachspezifische als auch fachübergreifende Methoden und wird integrativ mitunter auch akzentuiert in den anderen drei Kompetenzbereichen vermittelt. Der Kompetenzbereich Methoden anwenden wird also querliegend zu den anderen drei Kompetenzbereichen betrachtet. In der Konsequenz überschneidet sich Methoden anwenden also mit Bewegen und Handeln, Interagieren sowie Reflektieren und Urteilen. Dennoch ist es möglich, hierzu einige Operatoren bzw. Tätigkeiten zu nennen. Beispielsweise helfen und sichern bei Tonelementen der sachgerechte Umgang mit Materialien beim Aufbauen von Geräten wie dem Volleyballnetz oder Informationen aus Medien entnehmen und nutzen. Achso, ich verstehe. Also kann man sagen, dass der Rahmenlehrplan in Berlin-Brandenburg davon ausgeht, dass Methodenanwenden sich aus allen anderen drei Kompetenzbereichen entwickelt? Genau, Anna. Nun hast du gezeigt, dass du es verstanden hast, indem du es mit deinen eigenen Worten formuliert hast. Nun wollen wir kurz festhalten, was die wichtigsten Punkte bei der Formulierung von Lernzielen sind. Ja, das wäre schön, denn das war jetzt doch ganz schön viel. Na dann los! Um Feinziele zu formulieren, benötige ich als Lehrkraft immer Operatoren zu Unterrichtsaktivitäten, die beschreiben, welches Endverhalten die Lernenden können sollen. Diese dienen den Lernenden gleichzeitig zur eindeutigen Formulierung einer konkreten Aufgabenstellung. Wenn das angestrebte Endverhalten nicht messbar und möglichst objektiv beobachtbar ist, sprechen wir eher von Tätigkeitsverben. Das ist vor allem bei längerfristigen, fachlichen sowie vielen überfachlichen Lernzielen der Fall. Des Weiteren ist die Formulierung eines Beurteilungsmaßstabes notwendig, also wie gut die Schülerinnen und Schüler das beschriebene Endverhalten ausführen sollen. Zumindest ist dies immer recht eindeutig der Fall, wenn die Handlungen der Schülerinnen und Schüler operationalisierbar sind. Drittens sollte in der Formulierung eine Bedingung enthalten sein, also zum Beispiel mit welchen Materialien und in welcher Zeit das Ziel erreicht werden soll. Es freut mich, wie viel du verstanden hast und es direkt umsetzen kannst. Nun seid ihr an der Reihe. Formuliert mindestens ein Lernziel für jeden Kompetenzbereich. Nutzt doch dafür die vorgestellten Tabellen zu Operatoren und Tätigkeitsverben und schaut in die Kompetenzbereiche in eurem Rahmenlehrplan nach. Viel Freude und Erfolg! Nun ist es ein Lernziel für den Tag. Vielen Dank.